Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Welche Faktoren beeinflussen unser Ernährungsverhalten? Mit welchen politischen Instrumenten lässt sich unser Kaufverhalten nachhaltiger gestalten? Fragen wie diese beantwortet in dieser Episode Wenke Gwotsch. Sie ist Professorin für Versorgungs- und Verbrauchsforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen am Institut für Verbraucherforschung, Kommunikation und Ernährungssoziologie. Und dort beschäftigt sie sich besonders mit nachhaltigem Konsum und Gesundheit und folglich mit einigen der drängenden Fragestellungen unserer Zeit, wie dem Klimawandel und dem weitverbreiteten Übergewicht. Ihr Ziel dabei, Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu verstehen und Wege zu gesünderen und nachhaltigeren Lebensstilen zu finden. Ja, und einige spannende Ansätze verrät sie in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Gwotsch. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Vielen Dank und ich freue mich richtig, hier zu sein und über unsere Forschung und unsere Arbeit erzählen zu können. Das freut mich auch, denn Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung nun wahrlich mit einem spannenden und für uns alle relevanten Thema, aber auch mit einem sehr, würde ich mal behaupten, sehr weitreichenden Feld, nämlich dem des nachhaltigen Konsums und des Verbraucherverhaltens. Ist vielleicht direkt eine große, gemeine Frage zum Einstieg, aber würden Sie einmal versuchen, in Ihren eigenen Worten zu umreißen, womit Sie sich in Ihrer Arbeit auseinandersetzen? Genau, das ist ein wahnsinnig vielfältiges Forschungsgebiet natürlich und sowohl Nachhaltigkeit, Konsum, Verbraucherverhalten, beide Sachen sind wahnsinnig breit. Und vielleicht um den Kern rauszuholen, dass wir versuchen uns zwischen dem Wunsch zum nachhaltigen Leben und nachhaltigem Konsumieren und wie wir die Wirklichkeit auch so herstellen können, zu schließen, aber wie wir diese Lücke schließen können, weil wir, viele Menschen wollen ja sich irgendwie nachhaltig verhalten, wollen gesund leben, wollen der Umwelt gut, was Gutes tun und so weiter. Das geben zumindest die meisten an und denen kann man auch gut glauben und sie tun es trotzdem nicht. Warum denn nicht? Und das ist der Kern quasi. Wie können wir diese Lücke, diese Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit schließen? Und da gibt es ganz viele verschiedene Fragen. Was ist zum Beispiel Nachhaltigkeit? Was ist denn nachhaltiger Konsum? Da fangen wir schon an, weil viele Menschen wissen gar nicht, sind verwirrt, weil viele verschiedene Nachrichten rauskommen. Mal sind Plastikflaschen gut, mal sind Glasflaschen gut, mal soll ich den Stoffbeutel nehmen, mal soll ich die Plastiktüte nehmen, dann wieder nicht. Also was ist denn gutes Verhalten oder nachhaltigeres Verhalten und was nicht? Und das ist eins meiner Themen oder meiner Steckenpferde, wo ich wirklich rausfinden möchte, was sind denn die Verhaltensweisen, die die größten Auswirkungen auf die Umwelt, aber auch auf uns Menschen haben. Also Gesundheit, Soziales, soziale Gerechtigkeit, aber auch die Umwelt eben. Und nur wenn wir das wissen, wenn wir wirklich diese Auswirkungsvollen Verhaltensweisen nachher analysieren und da rangehen, dann können wir natürlich auch eine Veränderung herbeiführen. Okay, also auch ein wichtiger Punkt, Auswirkungsvoll. Also es muss auch einen Effekt haben. Es geht nicht darum, über jedes letzte kleinste Aspektchen ewig zu diskutieren, sondern es geht schon auch darum, natürlich eine Wirkung herbeizuführen durch das Entscheidungsverhalten hin zu einer wirklich spürbaren, messbaren, höheren Nachhaltigkeit. Ja, genau. Es geht zum Beispiel in der Mobilität, wissen wir, wenn wir Flugreisen machen, ist das natürlich nicht für die Umwelt förderlich, dass wir dann eher auf dem Zug oder andere Transportmethoden umsteigen. Natürlich ist das Fahrrad in der Stadt besser als das Auto und so weiter. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, also natürlich, Sie beschäftigen sich mit Fragen wie, was ist Nachhaltigkeit? Was ist nachhaltiger Konsum? Welche Art der Konsumentscheidungen sind nachhaltiger als andere? Aber soweit ich das in der Vorbereitung verstanden habe, geht die Thematik des nachhaltigen Konsums ja sogar über diese ökologischen Dimensionen, die sicherlich das Herzstück des Ganzen sind, sogar noch darüber hinaus, nicht wahr? Weil es ja auch noch um andere Dimensionen gehen kann zumindest. Ja, das ist natürlich wichtig. Also die Umwelt ist eine Sache, Klimawandel, Biodiversität etc. Das sind Themen, die sind wichtig und da arbeiten wir auch mit Umweltingenieuren etc. zusammen. Die andere Sache ist natürlich zum Beispiel soziale Faktoren, wie ich gesagt habe, Gesundheit, Gerechtigkeit. Das heißt auch, haben wir fair gehandelte Lebensmittel zum Beispiel, fair produzierte Bekleidung, stimmen die Produktionsbedingungen hier. Und das tun sie oft nicht. Die ökonomische Dimension ist natürlich genauso wichtig. Die muss ich gestehen, vernachlässigen wir immer etwas, weil das macht die Wirtschaft schon selbst. Da achtet die schon drauf. Aber kulturelle, politische Dimensionen sind genauso wichtig. Das ist, wir können, wenn wir jetzt Ernährung zum Beispiel als Beispiel nehmen, können wir die nicht überall über einen Kamm scheren. Wenn wir geografisch schauen, haben wir in Skandinavien eine andere Ernährungsweise als im Mittelmeerraum. Und das müssen wir natürlich auch mit einbeziehen. Was wächst dort auch? Und was ist dort, was macht man dort? Also was sind Traditionen? Was ist die Kultur? Was gibt die her? Und dass man das mit einbaut, wenn wir Verhalten verändern wollen, Richtung nachhaltiger Konsum. Wenn Sie gerade Skandinavien ansprechen, Sie haben ja auch ziemlich lange Zeit, glaube ich, in Kopenhagen gelebt, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. Ich habe von 2008 bis 2018 tatsächlich in Kopenhagen gelebt und habe an der Kopenhagen Business School dort gearbeitet. Lucia Reich hat mich dort hingeholt nach Kopenhagen und ich war gerade fertig mit der Promotion und bin dort in interdisziplinäre Projekte über Adipositas und Nachhaltigkeit gekommen. Und durch sie kam ich, also durch Lucia Reich kam ich tatsächlich auch in den Bereich nachhaltigen Konsum und habe dadurch gelernt, wie vielfältig, wie komplex das Thema ist und was man hier auch alles machen kann. Deswegen fand ich den Punkt auch gerade spannend, den Sie angesprochen haben, auch zu berücksichtigen, dass Nachhaltigkeit natürlich nicht überall gleich praktiziert werden kann. Also Sie haben das gerade am Beispiel der Ernährung erwähnt. Sind Sie zum Beispiel in Kopenhagen vielleicht auch auf Impulse im Hinblick auf Nachhaltigkeit oder nachhaltigen Konsum gestoßen, die Ihnen ja zum einen dabei geholfen haben, Ihr eigenes Verständnis von diesem Thema noch zu erweitern und die vielleicht aber entweder für uns auch Vorbildfunktionen haben können hier in Deutschland oder die vielleicht eben auch gerade zeigen, dass es eben nicht in jedem Fall übertragbar ist, diese Konzepte? Ja, ein ganz großer Klassiker ist vielleicht aus Kopenhagen, das Fahrradfahren. Wenn wir uns das anschauen, das ist dort so einfach gemacht. Also wir nutzen die menschliche Bequemlichkeit dort aus und machen tatsächlich alles das fürs Fahrradfahren super einfach und alle Barrieren fürs Autofahren werden hochgeschraubt. Das Autofahren in Kopenhagen ist total unbequem, man findet keine Parkplätze, Parktickets sind total teuer, wenn man kein Parkticket hat, kostet das immer mindestens 100 Euro und so weiter. Wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann hat man eigene Fahrradwege, eigene Fahrradampeln, man hat an den Ampeln Fußständer, damit ich gar nicht absteigen muss, es gibt überall Fahrradparkplätze und so weiter. Also das ist eine, wenn man durch Kopenhagen läuft, ist relativ viel nachhaltig oder auf Nachhaltigkeit, was super spannend ist. Skandinavien, glaube ich, ist einfach ein ganzes Stück weiter und auch in der Forschung war Skandinavien schon damals ein ganzes Stück weiter. Wir haben dort auch ein Bekleidungsprojekt gemacht zum nachhaltigen Konsum oder drei Projekte eigentlich und da gab es noch gar nicht so viel im Bereich Bekleidung, nachhaltige Bekleidung. Das war gar kein Thema, außer in vielleicht ganz kleinen Nischen irgendwo. Und wie kriegen wir denn die Leute dazu, dass sie tatsächlich nachhaltigere Bekleidung kaufen und weniger kaufen? Auch bei Nachhaltigkeit ist ja auch nicht nur, dass wir anders kaufen, also die Bio-Baumwolle oder jetzt Secondhand, sondern dass wir tatsächlich auch weniger kaufen. Wie viel brauchen wir denn, damit es uns gut geht? Wir wissen im Bekleidungsbereich, dass circa 80 Prozent unseres Kleiderschranks so rumliegt, dass wir den gar nicht nutzen, dass wir nur 20 Prozent davon benutzen, wirklich. Insofern ist das, was brauchen wir wirklich, diese Frage. Ja, da sind jetzt direkt schon wieder viele spannende Themen drin gewesen. Die werden wir Stück für Stück jetzt natürlich aufarbeiten. Ein Thema dieser Punkt im Bereich jetzt Mobilität in dem Fall, den Sie angesprochen haben, dass man in diesem Fall das Fahrradfahren bequemer macht und das Autofahren unbequemer macht. Da sind wir ja schnell auch beim Thema, glaube ich, Verbraucherpolitik und der Frage, welche Instrumente gibt es, um nachhaltigen Konsum attraktiver zu machen? Und das geht natürlich zum einen durch Steuern. Also natürlich kann man ökologisch nachhaltige Verhaltensweisen entmutigen, zum Beispiel auch teurere Flugtickets, kennen wir alle die Beispiele. Aber man kann natürlich auch nachhaltige Verhaltensweisen fördern, günstiger machen. Und es ist ja sowieso so, dass oftmals leider momentan die nicht nachhaltigen Optionen vergleichsweise billig sind, aber eigentlich nur deswegen billig sind, weil die negativen Spillover-Effekte auf die Umwelt, die Allgemeinheit gar nicht mit eingepreist werden. Würden Sie darüber vielleicht nochmal kurz sprechen, also welche politischen Instrumente es gibt, um nachhaltigen Konsum reizvoller zu gestalten? Also Sie haben ja zwei schon angesprochen. Das sind einfach die Steuern und die Subventionen. Das sind sehr harte Maßnahmen. Dann gibt es natürlich traditionelle wie Information und Bildung. Hier wissen wir aber, das genügt nicht, um Verhalten tatsächlich zu verändern und schon gar nicht, um es nachhaltig zu verändern. Und dann gibt es Nudging zum Beispiel. Nudging basiert auf der Verhaltensökonomie. Das heißt, das Anschubsen hin zu gewünschten Verhaltensweisen. Und hier soll immer noch eine Entscheidungsmöglichkeit bestehen. Also Kritiker sagen ja, man wird da forciert in eine bestimmte Richtung und wer legt das fest? Ja, ich hatte gelesen, Sie haben ja ein Projekt gemacht, Nudge It. Ja, Nudge It. Worum ging es da? Vielleicht machen wir das mal an diesem Beispiel klar. Genau. Also da ging es tatsächlich auch um Ernährungsverhalten und wie wir uns entscheiden und wie wir Familien mit Kindern dazu bewegen können, sich gesünder zu ernähren. Gesünder und nachhaltiger. Und da war Nudging eine Kernstrategie da drin. Wie funktioniert denn unser Gehirn zum Beispiel? Wir wissen, dass wir uns nicht immer rational oder wirklich optimal nach ökonomischen Regeln verhalten. Wir sind nicht so der sogenannte Homo ökonomicus, der immer alles weiß und alles genau berechnet, die alle Pros und Cons mit aufnimmt und dann sagt, okay, und das ist die Entscheidung, die ich treffen sollte. Sondern wir haben ganz viele Entscheidungen, gerade im Ernährungsbereich, unbewusst. Im Supermarkt sind zum Beispiel 80 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst. Die geschehen einfach so. Damit spielen natürlich auch die Supermärkte. Die haben dann auf Augenhöhe, das kennen wir alle, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel sagen. Auf Augenhöhe sind die Produkte, die gekauft werden sollen, die Markenprodukte, Gerüche, Beleuchtung etc., Musik. Da gibt es ganz viele Methoden, die genutzt werden. Und das Nudging macht das quasi für Verhaltensweisen, die nicht so gut vermarktbar sind. Wie Gesundheit, Nachhaltigkeit. Warum nicht? Die sind nicht so gut vermarktbar, weil die natürlich fern von uns sind. Also Nachhaltigkeit, das ist was, was woanders in der Welt passiert. Das kommt jetzt immer näher durch den Klimawandel. Aber also Umwelt, das ist weg in der Welt, irgendwo anders. Das kommt später. Gesundheit, die Folgen merken wir auch erst später. Das ist nicht sofort spürbar. Und deswegen denken wir, Mensch, heute ist mir aber wichtiger, was heute passiert. Ich möchte, jeder kennt Neujahrsvorsätze. Er sagt, nehmen wir uns vor, wir essen dann gesünder, wir gehen dreimal die Woche zum Sport und so weiter. Und dann kommt das neue Jahr und dahin sind die Vorsätze. Und das Nudging nutzt im Prinzip genau solche Mechanismen aus und versucht, diese auszuhebeln, sodass wir sagen können, okay, wie kriegen wir denn Leute? Wir sind sehr bequem. Wie können wir das ausnutzen? Wir sind zum Beispiel auch, wenn irgendwas in einer bestimmter Weise dargestellt wird, wenn wir Gewinne machen können, dann freuen wir uns. Dann machen wir das auch eher. Zwei für eins. Und da könnte die Politik natürlich mit Nudging-Maßnahmen gezielt einiges bewirken. Allerdings muss ich auch gleich ein Aber dazu sagen, das wird nicht die Lösung für alles sein. Nudging kann gezielt in gewissen Situationen wirklich wunderbar helfen, dass wir uns nachhaltiger verhalten. Aber wir werden genauso gut andere Maßnahmen brauchen. Also Nudging füllt sozusagen dann eine Lücke zwischen, sagen wir mal, größeren langfristigen Themen wie, ich weiß nicht, irgendwelche Zertifizierungen oder insgesamt Bildungs- und Aufklärungsarbeit dazu, was zum Beispiel eine gesunde Ernährung ausmacht, sondern kann uns dann vielleicht anstupsen im richtigen Moment, Stichwort Impulsentscheidung und so weiter. Genau, das kann uns, wenn wir unbewusste Entscheidungen treffen und es ist wahnsinnig schwer, Gewohnheiten, wenn sie selber vielleicht nachdenken, Gewohnheiten zu brechen oder neue Gewohnheiten zu etablieren, ist unheimlich schwer. Und das ist ja eigentlich so der Knackpunkt, also wir haben noch gar nicht über den Begriff richtig gesprochen, Gewohnheiten, das ist ja der Schlüssel eigentlich hin zu allem, weil jedes Mal wieder mühevoll sich aufzuraffen und zu überwinden, zu jetzt doch auch mal wieder die nachhaltigere Option zu wählen, ist natürlich nicht das Ziel. Sondern eigentlich geht es um ein grundlegenderes Umdenken und das Ändern von Gewohnheiten, damit das irgendwann zu einem Automatismus idealerweise wird. Das wäre natürlich ideal, wobei ich glaube, wir fahren eine doppelte Strategie, also tatsächlich auch am Bewussten zu arbeiten, also Einstellung, Motivation und so weiter, das muss genauso sich ändern, das ist Mainstream kommt das immer mehr an, in der Mitte der Gesellschaft, aber auch was ist nachhaltiges Verhalten und so weiter, dass wir Menschen da hinkriegen, dass sie das auch wirklich machen wollen. Dann das Unbewusste, dass wir es Menschen auch leichter machen, VerbraucherInnen das leichter machen im täglichen Leben, wenn ich am Punkt der Entscheidung bin, wie kann ich denn dort genau mich verhalten, ohne jetzt zu viel Aufwand zu betreiben. Und sobald ich das natürlich als Gewohnheit etabliert habe, ist das einfach für mich, weil ich da automatisch reagiere, dass ich da nicht erst sagen muss, pro, contra und so weiter überlegen muss, große Abwägungen treffen muss, sondern tatsächlich einfach mich entscheiden kann, ohne das ins Bewusste zu holen. Und schön ist, wenn wir natürlich Gewohnheiten brechen können und dann neue etablieren, die nachhaltiger sind. Das, ja. Sondern es ist auch die Umwelt, die soziale und die physische Umwelt. Das heißt, wenn keine Fahrradwege da sind, wenn das gefährlich ist, Fahrrad zu fahren, wenn es sehr bergig ist, dann werde ich nicht Fahrrad fahren. Ich werde Fahrrad fahren, wenn es bequem ist, wenn das der einfachere Weg ist, wenn ich dazu auch Vorteile habe. Ich bewege mich noch, habe schon ein bisschen Bewegung dabei. Das Wetter, ich bin gut ausgerüstet etc. Dann ist das. Und das soziale Umfeld natürlich, wenn meine Mitkollegen oder meine Kommilitonen oder wer auch immer, wenn alle auch radeln und ich dann Auto fahre, dann ist das natürlich eher schlecht. Und dann werde ich auch eher Fahrrad fahren. So eine Art Peer Pressure. Das zeigt ja eigentlich sehr schön, dass die Komplexität von all dem, also dass unser Entscheidungsverhalten, darum geht es ja am Ende, von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden kann. Und das zeigt dann wiederum auch, wenn wir versuchen wollen, unser Entscheidungsverhalten auf einem gesellschaftlichen Level zu verändern, was das doch auch für eine anspruchsvolle Zielsetzung sein kann. Ja, das ist Wahnsinn. Wir gucken jetzt nur VerbraucherInnen selbst an. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf nur spezialisieren. Also wir gucken natürlich an, in welchem Umfeld VerbraucherInnen sich verhalten. Und wir haben ein Rahmenmodell, mit dem wir ganz gerne eigentlich arbeiten, der sagt, okay, was ist denn theoretisch technisch möglich? Also durch technische Innovation, wenn jetzt alle Menschen zum Beispiel auf tierische Produkte verzichten, wie viel CO2 können wir einsparen? Was gibt die Technik daher? Was haben wir da an anderen Produkten? Was gibt der Landbau her? Etc. So, das ist das Potenzial, das technische Potenzial, das wir da haben. Aber dann können wir natürlich auch, müssen wir auch gucken, was ist gesellschaftlich akzeptabel? Wenn wir sagen jetzt, alle hören heute auf, ab heute sofort Fleisch zu essen. Ich glaube, das würden wir nicht durchkriegen. Dann gab es mal den Veggie Day als Andacht und der ist natürlich verbrannt, der war gar nicht akzeptabel. Da gab es ja auch den riesigen Aufsteig direkt, ja. Genau. Also das sind Sachen, man muss auch gucken, was ist gesellschaftlich, politisch akzeptabel, was ist in der Wirtschaft akzeptabel. Natürlich müssen Unternehmen auch finanziell laufen. Wenn die nicht finanziell nachhaltig, ökonomisch nachhaltig wirtschaften, dann haben wir die auch nicht auf lange Sicht. Dann können die auch noch so umweltfreundlich oder sozial nachhaltig sein. Und insofern müssen wir das natürlich gucken, dass das akzeptabel ist von allen und umsetzbar. Und dann der letzte Punkt ist dann natürlich die VerbraucherInnen und deren Verhalten. Das heißt, wie viel Prozent der VerbraucherInnen kriege ich denn dazu, ein bestimmtes Verhalten auch auszuführen? Zu wie viel Prozent? Wir kriegen ja jetzt nicht alle VerbraucherInnen zu 100 Prozent weniger Fleischkonsum zum Beispiel, sondern vielleicht kriegen wir 10 Prozent, die etwas reduzieren, die Flexitarier werden. Und damit kann schon viel mehr gewonnen sein, als wenn wir nur ein Prozent zu vollkommen Veganern bekommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie hatten vorhin auch den Begriff des Mainstreams schon mal so nebenbei fallen lassen. Also das Ziel, diese angepassten Verhaltensweisen in den Mainstream zu bekommen. Und ich habe dazu auch ein Interview gefunden mit einer anderen VerbraucherForscherin. Das Interview stammt aus dem Jahr 2020. Und die Dame, ich gucke gleich nochmal den Namen nach, die hatte darin das Folgende gesagt. Ich lese mal kurz ein Zitat vor. In Befragungen wird deutlich, dass die Verbraucher um die Probleme wissen. Das alltägliche Handeln passt aber nicht zum Wissen. Flugreisen und SUV-Käufe sind trotz der Auswirkungen auf den Klimawandel auf einem Höchststand. Auch Fleisch wird nicht weniger gegessen. Allerdings sind insgesamt die Gruppen, die tatsächlich etwas bewirken wollen, größer geworden. Sie machen aber eben nicht den Mainstream aus. Zitat Ende. Ist das so in etwa, also wie gesagt, ist auch schon zwei Jahre her. Ist das so in etwa auch Ihre Wahrnehmung oder wo stehen wir auf diesem Weg hin zum Ziel, diese Verhaltensweisen in den Mainstream zu bekommen? Also ja, ich glaube, das passt auch immer noch. Das hat sich vielleicht ein bisschen mehr verändert durch den Klimawandel. Wir haben die Flutkatastrophe vom Ahrtal gehabt, die uns den auch ein bisschen näher gebracht hat, so schlimm das war. Aber wir sind seitdem mehr bewusst geworden. Wir haben natürlich die Covid-Pandemie jetzt gehabt, wo das Thema Klimawandel auch nochmal mehr aufkam. Und der Ukraine-Krieg, der bringt den auch nochmal ein bisschen näher. Neuer Thema, erneuerbare Energien, Kornkrise etc. Insofern, das sind Themen, die sind wahnsinnig präsent in unserem Alltag und zeigen vielleicht auch noch mehr die Wichtigkeit aus. Und natürlich wissen wir... Ich könnte jetzt natürlich entgegenhalten, dass gleichzeitig aber auch das Gefühl besteht, dass aufgrund dieser ganzen Krisen, Covid, Ukraine-Krieg und so weiter, es fast auch schon wieder die ganze Klimadebatte in Anführungszeichen ins Hintertreffen geraten ist in der Wahrnehmung. Das hoffe ich natürlich nicht. Fast so als Luxusthema. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir irgendwie sowieso über die Runden kommen. Ja, gerade bei erneuerbaren Energien oder nicht, wo wir gerade Kohle, wie der Kohlewerke wieder eher länger am Netz bleiben. Grundsätzlich kann das aber auch eine große Chance sein und wir können das gut nutzen. Um genau diese Synergien, die wir davon haben, dann zu nutzen. Weil natürlich haben wir, wenn wir die Ernährungssysteme, die wir haben, den Begriff erkläre ich vielleicht nochmal ganz kurz gleich, wenn wir die umstellen auf ein nachhaltigeres Wirtschaften für uns alle, dass wir solchen Krisen auch resilienter gegenüberstehen. Also so einer Covid-Pandemie und solchem Ukraine-Krieg und was auch immer da kommen mag in Zukunft. Die Zukunft ist ja eher unsicher. Und ich erkläre vielleicht ganz kurz Ernährungssysteme. Wir schauen uns immer das gesamte Ernährungssystem an aus Sicht von VerbraucherInnen. Und das heißt die Auswirkungen, also Effekte auf Umwelt, Soziales und so weiter, auf die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Aber wir schauen uns eben auch an, was davor alles passiert. Also wo kriegen wir denn unsere Nahrungsmittel her? Wo werden die, wie werden die hergestellt? Wo in der Agrarlandwirtschaft, wo, was passiert dort? Was passiert in der Politik, die die Bereiche betrifft? Was passiert im demografischen Wandel? Das sind alles große Themen, die uns natürlich auch beeinflussen. Die Wirtschaft, wo entwickelt die sich hin, in welchen Bereichen? Und das beeinflusst natürlich letztendlich auch im Kleinen unser kleines Verhalten, individuelles Verhalten. Und wir sind beeinflusst von diesen großen Sachen. Wir können aber auch einen großen Effekt erzielen mit unserem kleinen Verhalten. Und da kommt, glaube ich, also hinzu klar. Also diese ganzen makrogeografischen Entwicklungen, die Sie gerade schon umrissen haben. Wirtschaft, Klima, alle möglichen Sachen, die sich sozusagen ganz konkret dann am Ende ja auch auf unser Leben auswirken. Und ich habe zudem aber auch das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch ohnehin unsere Wertvorstellungen verändert haben im Hinblick darauf, was ein gutes Leben ausmacht. Und zwar auch unabhängig von diesen ganzen Krisen und Herausforderungen, die uns umgeben. Also dass da das Denken in der Gesellschaft, in Anführungszeichen, muss man ja alles, ist immer schwer zu verallgemeinern, sich auch weiterentwickelt und zumindest neue Perspektiven da hinzugenommen werden. Ja, das stimme ich Ihnen voll zu. Also die Anforderungen, die wir ans Leben haben, die sind anders geworden. Wenn man vor 30, 40 Jahren sich vielleicht Leute in bestimmten Altersklassen anschaut, dann hat sich das verändert. Work-Life-Balance ist wichtig. Zeit ist wichtig. Wir gehen ein bisschen weg vom Materialismus und sogenannten symbolischen Konsum, dass wir ein großes Auto haben müssen, großes Haus, Luxus und so weiter. Das wird eher mehr negativ behaftet mittlerweile. Und nicht in allen Kreisen natürlich, aber wie Sie sagen, ist schwer ganz zu verallgemeinern. Aber das ist Zeit, dass ich auch mal nicht auf meine E-Mails schauen muss, dass ich mir den Luxus gönnen kann, eine Auszeit zu nehmen, dass ich mir den Luxus gönnen kann, wenig zu haben, dass ich nicht ständig alles mit Konsumgütern umgeben sein muss. Also Stichwort Minimalismus. Wenn es so weniger ist, mehr Tiny Houses und so weiter. Da gibt es ja auch so kleine Trends überall hier und dort. Oder auch ganz viel Sharing Economy, wo wir reingehen in kollaborativer Konsum. Das heißt, wir teilen anstatt, ich muss nicht mehr besitzen, ich muss nur den Zugang haben zu bestimmten Sachen. Wozu muss ich alles selbst besitzen? Also zum Beispiel Carsharing. Zum Beispiel Carsharing. Das ist das Bekannteste. Es gibt aber auch sowas für hier TaskRabbit, für Werkzeug und so weiter. Wozu muss ich das ganze Werkzeug zu Hause haben? Dann kann man sich das auch teilen tatsächlich und so weiter natürlich. Oder auch ganz diese ganzen Trends mit Kleidung, Bekleidung verkaufen, alles Second Hand und so weiter. Das ist natürlich auch, warum nicht, also warum muss ich das immer wegwerfen? Warum kann das nicht wieder genutzt werden? Ich finde es deshalb spannend, also Sie haben ja vorhin in Bezug auf Kleidung, auf Textilien auch angesprochen, dass wenn wir von nachhaltigem Konsum sprechen, grundsätzlich zwei wichtige Dimensionen zu berücksichtigen sind. Zum einen das Ziel, nachhaltiger zu konsumieren, also bessere, nachhaltigere Optionen, Bio und so weiter, zu wählen. Und zum anderen aber idealerweise natürlich auch weniger zu konsumieren, also einfach weniger Ressourcen zu verbrauchen. Und dieses weniger, das ist ja auch immer noch in der Wahrnehmung, glaube ich, vieler Menschen, so unter der Überschrift, verzicht, wir müssen jetzt verzichten, es wird zukünftig weniger geben, die Party ist bald vorbei. Das führt auch oft zu einem gewissen Unwohlsein. Und wenn diese Wahrnehmung sich auch weiterentwickelt, dann wäre ja auch viel gewonnen. Also nach meinem Verständnis ist es ja so, dass eigentlich ein nachhaltigerer und auch oft ein gesünderer Konsum oft Hand in Hand gehen. Also dass das, was gesünder ist, oft auch nachhaltiger ist und andersrum. Und dass deshalb diese Wahrnehmung vom Verzichten müssen für die Nachhaltigkeit eigentlich ja tendenziell auch fehlgeleitet ist, sondern dass, ich rede jetzt so einen langen Satz, dass nachhaltiger Konsum die Lebensqualität viel mehr steigern kann. Da gibt es einiges an Forschung. Wir selbst haben auch einen Artikel im Bereich Bekleidung zu Wohlbefinden oder Lebenszufriedenheit. Und wie ich Kleidung konsumiere. Und da gibt es einmal haben wir getrennt zwischen Fashion-Orientierung und Style-Orientierung, also Stil-Orientierung. Die haben wir ein bisschen getrennt. Fashion ist tatsächlich neu und mehr und dem Trend folgend. Also relativ schnell. Und Stil ist mehr, ich habe meinen eigenen Stil. Ich mache vielleicht auch teilweise meine Mode selbst. Ich kaufe Secondhand, also langsam und mein eigener, weniger und meinen eigenen Stil. Und das ist mehr für mich kommunizierend und das Fashion ist eher für nach außen zum Kommunizieren. Und wenn wir das in Beziehung setzen zu Wohlbefinden, zu Lebenszufriedenheit, dann finden wir da einen klaren positiven Zusammenhang zwischen Stil-Orientierung und Lebenszufriedenheit. Aber keinen zwischen Fashion-Orientierung und Lebenszufriedenheit. Das ist dieses Ganze mit Besitzen. Ich muss besitzen, ich muss Trends hinterherlaufen. Das setzt einem natürlich auch ganz schön unter Druck. Und den kann ich rausnehmen. Und wir haben jahrelang, war nachhaltiger Konsum, ist sehr moralisch mit dem Zeigefinger. Man soll und man, du darfst nicht und so weiter. Da waren ja sehr viele Aufrufe, Appelle, was man darf und was nicht gut ist, was moralisch schlecht ist. Und so muss das gar nicht sein, so wie Sie sagen. Das kann auch total schön sein, total Spaß machen. Wenn ich jetzt meine Kleidung umdekoriere, neu gestalte, wenn ich da Workshops mitmache, dann kann das total Spaß machen für denjenigen, der es interessiert ist. Wir werden da nicht jeden mitkriegen, das ist auch in Ordnung. Muss auch nicht sein. Aber wenn jeder etwas macht, dann haben wir natürlich schon viel gewonnen. Bei der Ernährung ist das natürlich dasselbe. Das kann genauso viel Spaß machen, wenn ich dadurch auch gesünder und fitter bin und noch nachhaltiger mich ernähre. Wenn wir dadurch die Adipositas-Pandemie auch mehr in den Griff kriegen und Folgekrankheiten damit eindämmen können. Natürlich haben wir dann dadurch auch gewonnen an Lebensqualität. Genau. Also Textilien ist das eine. Aber genau wie Sie sagen, es gibt ja auch noch Themenbereiche, wo es noch viel einleuchtender ist. Ernährung, Mobilität. Klar, die nachhaltigere Option des Gehens oder Fahrradfahrens ist auch die gesündere. Also da gibt es ja viele Beispiele dann. Haben Sie denn den Eindruck, dass, es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass die wesentlichen Themen, wir haben jetzt einige davon angerissen, dass sie derzeit in unserer politischen und auch gesellschaftlichen Debatte präsent genug sind? Oder was vermissen Sie, was wünschen Sie sich? Wo sollten wir als Gesellschaft und Politik genauer hinschauen in unserem Bemühen um einen allgemein nachhaltigeren Konsum? Natürlich muss ich da Nein sagen. Die sind nicht genügend ausreichend präsent. Und wir haben ganz viele Baustellen, glaube ich, hier tatsächlich herauszufinden, was sind die Verhaltensweisen? Wer ist dafür verantwortlich? Auch unter wen können wir zur Verantwortung ziehen? Sind das VerbraucherInnen? An manchen Stellen ja. An anderen Stellen ist das vielleicht eher in der Wirtschaft zu sehen oder vielleicht in der Politik. Medien können genauso herangezogen werden in die Verantwortung. Wir als WissenschaftlerInnen, wir sollen auch die richtigen Fragen stellen, im Dialog stehen und die richtigen Sachen oder die wichtigen Fragen vielleicht beantworten können. Oder erst mal stellen. Und dann ist natürlich auch wichtig, also es ist präsent, aber nicht genügend und es verschwindet immer ganz schnell wieder so, als ist nice to have vielleicht. Und wenn aber andere wichtigere Sachen, drängendere Sachen kommen, dann verschwinden diese Fragestellungen auch wieder und die Debatten. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man da zusammen, gemeinsam dran arbeitet, dass das wirklich so eine konzertierte Aktion ist, dass sie zusammen ineinander abgestimmt ist. Weil viele Aktionen laufen, viele Maßnahmen laufen, da gibt es ein Tierwohl-Label hier, dann gibt es was für den Ökolandbau dort, dann gibt es Aufklärungskampagnen für VerbraucherInnen hier. Aber es ist nicht zusammen wirklich aufeinander abgestimmt. Und dann kann da sein, dass sie sich auch gegenseitig aufheben in ihren Effekten, manche Maßnahmen, manche Kampagnen, dass sie gar nicht den vollen Effekt haben können, den wir eigentlich wollen und brauchen auch ganz dringend. Weil wenn wir tatsächlich, sei es Umwelt, sei es auch die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und so weiter, wenn wir das alles auffangen wollen, dann müssen wir wirklich Gas geben. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Und deswegen sind alle Parteien gefragt, Sie haben es ja gerade aufgezählt, die Politik, natürlich die VerbraucherInnen und Verbraucher, die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler und so weiter und so fort. Zu letzteren gehören natürlich auch Sie, deswegen beschäftigen Sie sich ja wissenschaftlich auch mit diesen Themen in ganz verschiedenen Projekten. Wir hatten schon Nudgett angesprochen, Sie haben auch schon grob skizziert oder angedeutet, dass Sie auch im Bereich Textilien einige Projekte gemacht haben. Und ich habe mitbekommen, dass Sie momentan als Teil eines europaweiten Konsortiums, das heißt PlanEat, die Einflussfaktoren auf unser Essverhalten untersuchen. Vielleicht sprechen wir darüber mal, denn das ist ja ein ganz, ganz aktuelles Projekt. Was hat es mit PlanEat, vielleicht fangen wir mal damit an, auf übergeordneter Ebene auf sich? Also wie ist das Projekt aufgesetzt und worin besteht seine Zielsetzung? Genau, also das ist ein europäisches Projekt, das konnten wir einwerben hier. Wir sind ein großer Partner von der Justus-Liebig-Universität, das ist natürlich wunderbar. Wir sind insgesamt 24 Partner in dem Projekt aus, ich weiß gar nicht wie viele Ländern, 18 Ländern oder so in Europa. 12 EU-Mitgliedstaaten. Aus 12 EU. Aber reicht ja auch. Ja, reicht ja auch, genau. Und wenn Sie sagen 24 Partner, das sind dann also jeweils Hochschulen, wissenschaftliche Institute und so weiter? Genau, auch Unternehmen, also da sind alle möglichen Organisationen drin beteiligt. Und das Projekt wird im September offiziell starten, läuft über vier Jahre mit dem Ziel, nachhaltige und gesunde Ernährungssysteme in Europa zu fördern. Also wie können wir dahin kommen, dass Ernährungssysteme, das heißt wieder dieses Ganze, dieser systemarische, holistische Ansatz, wie können wir die nachhaltig, und damit ist in der EU-Slang immer umweltgemeint, umweltfreundlicher und gesundheitsfördernd gestalten? Das heißt, hier versuchen wir die planetare und gesunde Ernährung zu vereinen. Das, was Sie vorhin auch schon gesagt haben, das ist wirklich die Kunst oder das ist, wo wir gerade daran arbeiten, wie können wir Umwelt und Gesundheit und Soziales tatsächlich miteinander verknüpfen? Und wie können wir das auf allen Ebenen, vom VerbraucherInnen, aber auch auf Makro-Ebene, also Politik, Wirtschaft und so weiter, wie können wir das da umsetzen? Wie können wir die Produkte, Lebensmittel entwickeln, die wir brauchen, dass wir da hinkommen, falls wir noch welche brauchen, sage jetzt Fleischersatzprodukte oder ähnliches. Wie können wir Ernährungsweisen verändern und so weiter. Wir haben einen ganz interessanten Ansatz da drin, das ist der Ware-Kosten-Ansatz. Und der sagt, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass manche Sachen, die Preise, die wir eigentlich wirklich haben mit unseren Auswirkungen auf die Umwelt, die haben wir gar nicht, die bezahlen wir gar nicht mit den Produkten. Wenn wir jetzt günstiges Fleisch, günstige Lebensmittel kaufen oder günstige Klamotten, ich glaube, da ist fast egal, in welchen Bereich wir gehen, natürlich kostet das was. Und der Ware-Kosten-Ansatz schaut sich die Umweltbilanz von Produkten an und sagt, das müsste das eigentlich kosten. Also das sind, wenn Sie zahlen vielleicht zwei Euro für, ich weiß jetzt nicht, irgendwas und dann schon Käse und das müsste aber so und so viel kosten. Wir haben das auch im Bekleidungsbereich gemacht mal, da musste eine Jeans zum Beispiel noch 20 Dollar mehr kosten eigentlich. Und was macht man dann mit diesem Wissen? Also wäre dann die Empfehlung, ja gut, dann muss der Preis jetzt halt hochgesetzt werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Nein, ich glaube, ja generell vielleicht, aber dann muss man wieder aufpassen, weil wir dann natürlich sozial diskriminieren. Wir wollen ja nicht einkommensschwache Haushalte tatsächlich vom Konsum ausschließen und vor allen Dingen nicht von gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln. Und deswegen muss man da genau gucken, wie kann ich das nutzen? Deswegen haben wir auch eine Organisation, eine Partnerinstitution, die sich genau diese sozioökonomischen Dimensionen anschaut. Und wir schauen uns auch die Gesundheitsdimensionen an und daraus versuchen wir dann, die optimalsten Zielverhalten rauszufinden, zu identifizieren. Also was ist denn wirklich, wo wir Gesundheit haben, wo wir umweltfreundliche Lebensmittel haben, die auch nicht dann sozioökonomisch diskriminieren, dass wir das alles in einem vereinbaren. Und das ist nicht so trivial. Klingt auch nicht trivial. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie dann zum Beispiel feststellen, das weiß ich nicht, diese Jeans jetzt eigentlich 20 Euro noch mehr kosten müsste. Das ist ja dann auch wieder ein gutes Argument, nicht nur für die Frage, muss die Jeans jetzt teurer werden oder nicht, sondern um eher zu schauen, die Alternativen, die bisher vielleicht noch gar nicht so sehr beachtet werden, weil sie vielleicht als teuer erscheinen, irgendwie das organisch nachhaltiger herzustellen, dass man ein gutes Argument hat, dass die viel mehr noch gefördert und unterstützt und weiterentwickelt werden müssten. Genau. Und dann ist auch die Frage, muss ich jetzt fünf Jeans haben oder reicht vielleicht auch eine und kann die eine dann auch ein bisschen mehr kosten? Ja, auch das. Auch das. Und wenn weniger Konsum ins Spiel kommt, dann kann ich mir auch wieder vielleicht bessere Produkte leisten. Das ist ja auch oft das Beispiel beim Fleisch. Müssen wir jetzt jeden Tag Fleisch essen oder können wir uns vielleicht auch wieder angewöhnen, den Sonntagsbraten, wenn es denn unbedingt Fleisch sein soll, den wir uns dann aber vielleicht auch gönnen, beim Nachbarn um die Ecke oder beim Bauern um die Ecke, beim Fleischer um die Ecke vor Ort zu kaufen. Für ein bisschen mehr. Ja, genau. Also das ist, was sind denn so die Werte und die Normen, die wir so haben? Wo wollen wir denn hin als Gesellschaft? Hier in dem Projekt jetzt da entwickeln, da schauen wir uns dann tatsächlich noch an, warum, was sind Barrieren für solche Verhaltensweisen? Jetzt kommt der. Sollen wir eine kurze Pause machen? Das ist auch eine Verhaltensweise im Hintergrund. Ja, da ist auch eine Wunder. Alles klar, also das klingt wirklich nach einem riesigen Projekt, also sowohl was die Themen anbetrifft, als auch die Anzahl der Partner, die Laufzeit. Ich glaube, es sind insgesamt 48 Monate, Budget insgesamt 12 Millionen, also wirklich so ein Blockbuster-Projekt. Wie wird das denn praktisch umgesetzt? Also ich weiß nicht, ob man das so konkretisieren kann, aber wie ist zum Beispiel die wissenschaftliche Methodik, die dem Ganzen zugrunde liegt? Also erstmal ist es natürlich sehr interdisziplinär ausgerichtet. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir entwickeln gemeinsam Methoden und wir haben das Glück, neun Reallabore, die heißen bei uns so Living Labs, in den verschiedenen Ländern zu haben. Und in den jeweiligen Reallaboren haben wir verschiedene Zielgruppen. Wir haben einmal zum Beispiel Kinder und Jugendliche, einmal haben wir eher RentnerInnen, dann haben wir auch Kranke, also die irgendwie Adipositas, Diabetes und so weiter, Folgeerkrankung von Adipositas haben und junge Familien und so weiter. Da haben wir verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Ländern, an denen wir dann tatsächlich verschiedene Strategien zur Verhaltensveränderung austesten können. Gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren, die dabei sind. Okay. Und bei alledem, was ist, gibt es so eine Art Kernfrage, für die Sie zuständig sind, Sie persönlich, in diesem ganzen riesigen Projekt? Ja, wir haben, wir leiten ein Arbeitspaket und da geht es darum, tatsächlich die Faktoren, die Barrieren und die Treiber für Verhalten, für die ausgewählten Verhaltensweisen zu identifizieren. Das heißt, erst legen wir fest, welche Zielverhalten wollen wir dann verfolgen, welche machen denn am meisten Sinn und dann gehen wir darauf, was sind denn da jetzt die Barrieren und was sind aber auch Treiber? Und dann, dass wir Barrieren tatsächlich runterbrechen können, abbauen können und Treiber aber auch hochsetzen können und fördern können. Und das ist unser Kern, plus dann Interventionen zu entwickeln und zu testen. Ja, also wahnsinnig spannend. Da würde ich sehr gerne auf jeden Fall mit Ihnen nochmal sprechen, wenn dann die Ergebnisse vorliegen. Das wird dann aber wahrscheinlich tatsächlich erst am Ende des Projekts der Fall sein oder gibt es da so Zwischenstufen? Ich glaube, wir haben da einige Zwischenstufen, die natürlich eingeplant sind. Allein schon erstmal, was sind denn nachhaltige Zielverhalten im Ernährungsbereich? Das müssen wir nach einem Jahr schon wissen, weil sonst kommen wir ja nicht voran, sonst können wir auch nicht Barrieren und Treiber und so weiter. Wir sind auch wahnsinnig gespannt auf dieses Projekt und haben wirklich Lust darauf. Auch wenn es sehr komplex ist, umso schöner die Herausforderung. Ja, toll. Also ich drohe schon mal an, dass ich mich eventuell irgendwann nochmal melden könnte. Gerne, jederzeit. Dann machen wir vielleicht abschließend nochmal einen kleinen Schritt zurück mit der Frage, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Sie persönlich sich begonnen haben, für diese Themen zu interessieren, für die Verbraucherforschung im Allgemeinen und damit dann auch genauer zu beschäftigen? Wie wurde Ihr Interesse für diese Themen geweckt? Das kam tatsächlich erst so richtig raus durch meinen Wechsel nach Kopenhagen. Im Studium habe ich schon Sozialökonomie studiert und mich auf Konsumökonomie spezialisiert. Ich fand Konsumökonomie, das fand ich ein spannendes Thema. Wie verbringen wir unsere Zeit? Wie konsumieren wir? Wie treffen wir Entscheidungen? Das war natürlich sehr ökonomisch und klassische ökonomische Ausbildung dort erfahren. Und meine Doktorarbeit, die habe ich im Bereich Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen geschrieben. Also noch ein ganz anderes Thema, aber es ist auch im Konsum. Zeit ist auch, wir sehen ja Konsum nicht nur als Kaufen, sondern tatsächlich auch, welche Entscheidungen treffen wir die ganze Zeit im Leben mit unserer Zeit etc. Nutzung, Entsorgung etc. Und als ich dann nach Kopenhagen ging, kam ich in das Adipositas-Projekt Idefix, das dann nachher iFamily hieß. Das ging über zehn Jahre tatsächlich und arbeitete mit Lucia Reich zusammen, die ganz viel nachhaltigen Konsum macht. Die ganz aktiv ist schon jahrzehntelang in dem Bereich. Und da kam ich immer mehr rein in diese Richtung. Was ist Nachhaltigkeit? Warum ist das so relevant? Warum verhalten wir uns wie? Auch diese Brücke zwischen Ökonomie und Psychologie, die finde ich wahnsinnig spannend. Weil Ökonomie kann ich anwenden zum gewissen Grad, aber die hilft mir auch nicht, alles Verhalten zu erklären. Psychologie setzt vielleicht da an, wo dann die Ökonomie nicht mehr so viel erklären kann, warum wir uns wie verhalten. Und genau an dieser Schnittstelle kann ich genau das erforschen hier. Wie können wir denn diese Lücke zwischen unseren Intentionen und unserem wahren Verhalten dann schließen? Das ist auch das, was das Thema so spannend macht, nicht wahr? Also wirklich diese Interdisziplinarität. Das ist wahnsinnig interessant, weil wir haben dort mit Designern, Modedesignern zusammengearbeitet in den Projekten. Wir haben mit Epidemiologen, mit Kinderärzten zusammengearbeitet, mit Genetikern, mit Politikwissenschaftlern, mit Chemikern und so weiter. Und jeder, selbst wenn wir alle Nachhaltigkeit das Wort in den Mund nehmen, versteht jeder was anderes darunter. Das heißt, meist brauchen wir erstmal ein halbes Jahr, um uns zu verständigen, dass wir wissen, von was wir alle reden, dass wir dasselbe meinen. Aber genau das ist auch notwendig. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir in Zukunft hier sowohl innerhalb der Wissenschaft, aber auch transdisziplinär, auch mit Politikern und mit der Wirtschaft etc. zusammen sprechen und uns verstehen und gemeinsame Ziele definierend dahin gehen auch. Ja und Sie lehren und forschen heute an der Justus-Liebig-Universität Gießen. In welchen Studiengängen kann man Sie dort denn erleben? Wo tun Sie das dort? Also hauptsächlich, ich bin Studiengangsleiterin für die Ökotrophologie, Bachelor und Master und Studierende können aber auch aus allen anderen Studiengängen im Agrarbereich zu uns kommen. Agrar- und Umweltwissenschaften etc. Alle Studiengänge, die an unserem Fachbereich gelehrt werden oder angeboten werden. Lässt sich verallgemeinern, wer für gewöhnlich Ihre Studierenden sind in der Ökotrophologie? Also mit welchen Interessen, Stärken vielleicht auch und vielleicht auch mit welchen Karrierezielen Sie zu Ihnen kommen? Ja, das ist also erstmal ganz wichtig, dass man neugierig und offen ist, dass man sich für Menschen interessiert. Das ist vielleicht ganz grundlegend. Wir haben die Ökotrophologie auch gerade ganz neu umstrukturiert. Das fängt jetzt im Wintersemester an, haben das auf diese Ernährungssysteme aufgebaut, auf Nachhaltigkeit. Wir haben diese Sustainable Development Goals mit reingenommen als Grundpfeiler da drin, sodass wir tatsächlich dann uns angucken, sozialwissenschaftliche Aspekte. Die Hälfte des Studiums ist sozialwissenschaftlich geprägt, die andere Hälfte ist naturwissenschaftlich geprägt, das heißt ernährungswissenschaftlich. Und dass wir an dieser Schnittstelle arbeiten, das heißt, wenn ich jetzt als Ziel habe, oder ich kann ja vielleicht sagen, wo unsere AbsolventInnen hingehen, die gehen ins Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung oder die Produktentwicklung im Lebensmittelindustriebereich. Die gehen aber genauso in die Marktforschung oder in den Fachjournalismus, Presse- und Öffentlichkeitarbeit. Ein anderer Zweig ist die Versorgung von im Großkantinen zum Beispiel Management öffentlicher Einrichtungen. Und der dritte und große Bereich, womit auch circa 80 Prozent der Studieninteressierten ankommen, ist Ernährungsberatung und Ernährungstherapie. Das machen nachher nicht mehr 80 Prozent, weil sie auch andere Interessen entdecken. Das Studium ist wahnsinnig vielfältig und bietet wahnsinnige Möglichkeiten. Man kann in die Kommunikationsschiene gehen, man kann in die psychologische Schiene gehen, man kann tatsächlich ins Labor gehen und sich mit der Chemie befassen von Lebensmitteln. Insofern hat man da sehr viele Möglichkeiten, kann sich austesten und herausfinden, wo auch die eigenen Interessen sind. Schön. Und ich glaube, dabei hat auch hoffentlich dem einen oder anderen, den einen oder anderen, dieses Gespräch ein bisschen geholfen, das jetzt gleich sich seinem Ende neigt. Aber wir haben noch eine Rubrik und das sind traditionell die Halbsätze, das heißt mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen gern noch eine Handvoll Halbsätze anbieten. Und wir schauen mal, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt, ob Ihnen was dazu in den Sinn kommt. Muss auch nicht zwangsläufig Ihrerseits ein Halbsatz sein, das können Sie so knapp oder ausführlich halten, wie Sie möchten. An der Verbraucherforschung begeistert mich bis heute. Die Vielfalt, die Komplexität und dass wir tatsächlich relevante Forschung betreiben, die hoffentlich unsere Gesellschaft voranbringt. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich? EU-Projekte tatsächlich, diese internationalen, interdisziplinären Projekte, die so chaotisch sind, aber auch so wunderschön und wo man auch so viele Möglichkeiten hat und so viel herausfinden kann. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Zum Beispiel an solchen Projekten teilhaben zu dürfen, aber auch den Studierenden vermitteln zu können, was ich für wichtig finde, wo ich Forschungsbedarf sehe. Auch den Studierenden vielleicht Interesse zu vermitteln, was sind denn neugierig zu machen auf die Inhalte? Meinen Studierenden, da bleiben wir beim Thema, gebe ich häufig den Rat? Sie sollen das machen, was sie interessiert, was ihnen Spaß macht. Sie sollen nicht nur wirklich ihre Karriere planen und stur danach gehen. Wenn sie das machen, ist auch gut, aber man soll auch nach links und rechts schauen und wirklich viel austesten. Ich sage immer, das Studium, ich mache ganz viel Studienberatung, dann sage ich immer, das Studium ist wirklich eine große Spielwiese, nutzt das. Dann noch eine letzte Frage zu Ihrer Spielwiese für die Zukunft. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder der Verbraucherforschung in? Tatsächlich in diese Zielverhalten, was sind wirklich die relevanten Verhalten, die wir verändern wollen und müssen? Und wie kommen wir da am schnellsten hin? Und wenn ich die beantwortet habe, dann kann ich in Rente gehen, aber das wird so schnell nicht passieren. Aber ein paar Antworten werden Sie bestimmt finden im großen Projekt Plan EAT, das wir besprochen haben. Und da melde ich mich dann wieder und hole für unsere Hörerinnen und Hörer diese Antworten ab. Das nehme ich mir hiermit fest vor. Bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen und deswegen möchte ich Ihnen jetzt erst mal danken für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.